So, Update zur Saat. Saat war am 20. Oktober, 280 KV Gradmeter. Vorfruchtjahr Raps mit Zwischenfrucht, eigene Mischung, Buchweizen, Fasilia, Alexandrinaklee und Ramtel. Und jetzt sieht man mal, wie das jetzt ausschaut. 17.12. Frost, man kann rauf gehen auf die Fläche und man sieht, der Bestand hat sich relativ gut entwickelt. Und vor dem ganzen Zwischenfruchtpflanzen ist nicht mehr viel da, dass alles gut im Boden verarbeitet ist. Da sind die Pflanzenrechte drin, wie das Eingauert werden sollen. Regenwurm. Der ist jetzt ein bisschen starr, weil es so kalt ist. Man sieht die Wurzeln da gut. Er hat schöne Wurzeln gemacht, der Weizen. Die Bodenstruktur hat auch passend. Das war's. Das war's. Das war's.